Auf der Suche nach einer neuen Sportart, hier kommt mein Vorschlag an dich. Wenn es ums Thema Sportarten geht, habe ich den Vorschlag, lass tanzen. Tanzen als neue Sportart für dich. Wenn das für dich in Frage kommt, bist du hier genau richtig wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McRae. Und ich sage es den Menschen immer wieder und ich sage es gerne auch dir, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen werden. Hier geht es um deinen Tanzerfolg. Wenn du dir vorstellen kannst, von mir, dem ADTV, IHK, World Dance, Konzil, Gütesiegel, ausgebildeten Privattanzlehrer, für dich eine neue Sportart auserkoren zu lassen, wenn das für dich interessant ist, beziehungsweise ich dir anbieten darf, dich tänzerisch zu begleiten als neuer Tanzlehrer für dich, wenn das für dich eine Lösung sein kann für deinen Tanzerfolg, dann der Vorschlag, lass uns in Kontakt kommen über das Kontaktformular oder die Nummer 0176 840 44661.